guten morgen liebe leute ja meine tochter macht omelette ja seit einer dreiviertelstunde quälte sie schon mit kamera und schneidebrett und zwiebelsaft im auge und omelette zu machen und jetzt kleckert sie auch noch und hat bis jetzt ganz hervorragend überlebt und mal gucken wie es weitergeht jetzt sind ja dann alles auf ihrem kanal vermutlich ich hoffe da können wir eine brauchbare aufnahme daraus zusammenzimmern guten morgen recker 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 guck mal papa drauf hallo da ist jemand ganz unglücklich und da ist jemand ganz fleißig erst mal licht an und dann können wir hier ob sich dabei verändert hat schon wieder voll die leute bestellen wie die bekloppten schüler popkartons oder steht ja mal eine adresse drauf ist man ja wahrscheinlich wie er macht die pappe nicht klein ja was gibt es heute zu tun eigentlich steht hier dieses rad also nicht dass es was zu tun gäbe oder es kann man so sehen oder man kann auch sagen nicht dass es nicht zu tun gäbe dieses rad ist eins von meinen der tag in zahlung genommen für dass jemand ein anderer tag ist total bekloppt bei mir das hier kommt so wenig bargeld rein weil ich alles nur tauschgeschäfte mache immer nimmst du das nicht und in zahlung weil das ist ja nicht schlechte trat das habe ich in zahlung genommen und habe ein anderes verkauft denn dafür und dann habe ich noch ich habe es quasi in zahlung genommen und ohne dazu bekommen so irgendwann am ende muss ich aber auch mal geld verdienen ohne das ist auch nicht viel gewesen denn für das andere rad mit dem in verrechnung schüler platt hey der ist glatt der schlauch muss tatsächlich den schluss ist okay dann muss ich den schlauch wechseln schlauch wechseln züge wechseln und lenkerband macht mir dann der abend nachher den innen verlegten zug hier wechseln heute da seid ihr noch mal mit dabei wie man den hier wunderbar drin verlegt und der trat tausche ich jetzt nicht mehr irgendwie noch nur andere erlöstete und ich will ja auch mal ein bisschen weniger ist das ein bisschen weniger wird an materie hier und wird das einfach nicht weil kommt immer wieder wieder rein und ich kann auch immer wieder nicht nein sagen weil ich meine das ist ja schade warum muss man ja alle wegschmeißen wie das gelbe hier zum beispiel da habe ich immer noch die alfin bauche oder eben das innenleben von nach alfin oder hat sich hinterhalten und fertig ist oder ich schritte heute auseinander die trat hier ruppig auseinander vielleicht bautet damit ein 8 gang nexus funktioniert zuverlässiger als hier dieser alfin kram so was habe ich sonst noch zu tun der alkohol muss hier sieht aus als wäre ich hier der säufer excellence ja weil es ist ja auch noch handels handelsware handels gut gut handeln handel gut habe ich halt gekauft auch von carsten hat mir so einen ganzen posten alkohol ja damals verkauft und da waren spirituose halt bei spirituose spirituelle spirituose dieser in verlegte zug ist aber auch ungünstig verlegt weil er hätte wenigstens hier so einige eingeditscht sein müssen na guck ich ziehe jetzt erst mal neun ein was ist eine dort bremszug bremszug bürger helene bisher nicht ob ich jetzt schon anfangen soll ich sollte erst mal raus packen ich fange gleich an hier mit arbeiten aber ich fange ich fange auch erst mal an ich schreibe hier die wand erst mal runter da steht eins schon mal getan wasser nun ach so man fängt ja auch von unten an aber so ein trottet nämlich natürlich ist das eingewickelt denn ist ja klar jetzt haben wir ihn heißt alles blank hier schön die klappen wir zurück hier die 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 kraft mal so um hier stück mal so damit dann auch richtig schön die kraft entwickelt werden kann das muss neue zeit werden hier ist klar also die bremszug der bitte hier unter gewickelt mal sehen hier da gibt es hier in dem lenker hier so eine vertiefung drin und da wird der bremszug hier mit reingelegt hier ran so dass er dann da rauskommt guck mal erst viel zu kurz hier wird er wird ja bis hier oben eingewickelt bis zu dem punkt und der ist schon viel zu kurz guck mal wenn ich das bewege hier das geht nicht deswegen ist auch ein knick drin schon da muss länger das muss länger ist halt so also ist es ist ganz gut das war die schaltung finde ich richtig genial hier ist eine ganz einfache nummer aber ist doch ist doch toll so super die frage ist nur wie es denn hier macht die schelle wie kriegt denn die ruf einfach abziehen einfach nur ein käppchen hier durch sonnen schutz hier führt damit man sich ja nicht verletzt wenn man hier unten anfasst und an die schraube ankommt die schraube sowie kamert hier nochmal extra richtig cool aber so ist doch in jahle den kleiner ist ein einfacher schalter hier ist nicht besonders wenn oder ist das aus metall schon tatsächlich ist ja schon metall ich habe gedacht das wären plastikhebel aber das ist ja metall die sind ja richtig geil die werden auch nachgemacht jetzt von shimano von so einem an diesen ganz billigen rennrädern die man eine zeit lang auf ebay verkauft wurden für 150 euro oder so in trendigen farben und so blau grün rot gelb als diese als ganzen farbdinger die die so richtig geil aussahen optisch aber denn so richtig billig waren da wurden die doch kopiert die dinger weil es sind sandtour genau sandtour akku shift plus aus japan noch ein originalschalter richtig geil keine nummer wissen ob ich den dran lassen soll klar dass ich den dran war aber das kein schlechtes rad will ich mal sagen und jetzt ist auch hier ist auch sandtour bestimmt war klar nee ist daher kommt daher kommt radios bremsen sandtour akku shift plus schalter ist dann auch radios war die radios schaltung sandtour radios schaltung sandtour radios umwerfer daher kommt radios heißt daher kommt und sandtour halt zusammen komplette radios gruppe ach die hebel sind ja genial dass ich hab das immer für kunststoff gehalten na fakt ist die billig dinger die brechen nämlich dauernd ab und so dachte ich hier wenn das wenigstens handtour ist jetzt vielleicht ein bisschen länger aber als metallhebel ist das ding unverwüstlich kannst du machen was du willst und ist geniale system also du fährst ja hier wenn du hier so fährst hier so hast ja oben drauf kannst du hier drücken und hier zurück ich brauche einen schlauch dafür noch das hinterrad haben wir erneuerten schlauch müssen wir noch erneuern die züge müssen wir erneuern die lenkerband müssen wir erneuern zu können müssen wir erneuern den sattel haben wir erneuert wenn wir eine ganze menge erneuert war an dem ding schon und tritt lagert spiel also das müssen wir auch noch einstellen so das ist die u4 aber heute falls nichts zu tun ist hier an alleine diesen hat und dann ist es fertig und mit der arm wahrscheinlich verkauft auch weil da ist schon interessant dran sollen wir uns die schlagzeilen wieder abholen gerade rausgebracht für kauf vor vier jahren schließen stellen wir das vor machen schlagzeilen lindensetner in hohen schönhausen wo meine freunde noch mal hingeht da willmersdorf war straße schalottburg karlstadt willmersdorf karlstadt willmersdorf welling da ist ja schon zu und in der gruppe passage nach köln so das macht auch zu zu tausend parkplätze tausend parkplätze in ihr fahrt tausend arbeitsplätze in ihr fahrt die parkplätze scheiß auf die parkplätze tausend parkplätze sind dann frei wieder für arbeitsplätze ja siehst du siehst du corona corona trifft corona hat alles im griff Mensch du hast ja die Säge heute das erste mal mit der Armut oder Säge jetzt auch gerade sowas mit der Armut ja das erste mal nicht aber aber habe ich selten rum weil da ist eine seniorin 84 zusammengeschlagen vom handtaschenräuber zusammengeschlagen wie kann man denn eine alte frau schlagen wie kann man überhaupt eine frau schlagen wie kann man denn das ist eben so weil die alten leider nicht sich 32 jährige hat eine 84 alte senioren eingeprügelt und sie schwer verletzt als ein Mann versucht ihr die Handtaschen wegzureißen sie ließ ihre Taschen nicht los mehrfach mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und gegen die Beine getreten haben sie stürzte und die Frau ließ ihre Handtasche trotzdem nicht los man dann lasst auch los lasst los scheißegal die Polizisten haben mich nicht fassen können was haben sie gekriegt ja was hab ich schon wieder Gänsehaut wenn sie den kriegen dann ist das schön haben sie gekriegt ja was sei Dank das ist dein Auto das ist wie jeder mal fahrrad und du fährst ja nicht immer an aber fahrrad auf Kat Bus hat hoher Hammerplatz die große Umsteigerbahnhilfe das ist da wo es so passiert da war geklaut dort wenn ich irgendwo zur Bank gehe oder sowas gut das ist das immer warm sich mal dicke Tänder an und vor dem Bus das ist mein Reißfachschuss zumachen kann das verstehst du weil ich meine Ohren ja oder sonst wie was so kann ich ja hier wieder ausziehen und meine Karten alle verstecken kann zu Seitentasche damit der Kieler was träumen kann ja naja weiter ist es nicht äh man ist ja furchtbar ey du lachst du ich freu ich freu dass du mal schön wenn jeder lachen tut und Freude hat das ist ja ne das ist richtig viel tun sind minor über also das ist vor Ort Aus Até weh bei Schöne, schöne, schöne. Achso, Schritt Einzeig jetzt ohne euch gemacht, ich habe den Zug rausgezogen in den alten, die alte Hülle, vorher natürlich ein Draht reingeschoben, Schritt Einzeig ohne euch gemacht. Also ich habe einen neuen Draht in den alten Zughüllerin geschoben und dann den Zug rausgezogen und den Draht drin gelassen natürlich jetzt erstmal. Das ist Schritt 1. Jetzt muss ich aber erstmal einen Auftrag machen, weil wir haben Plattenreifen zu machen. Total aufregend, Plattenreifen im Vorderrad. Exklusivmodell von ZEG. Simplex Hollandrad Look. Ein Lookalike. Ich habe gesagt, es ist ja selten, ich trage mal eine Uhr. Nee, das ist ja nicht selten. Ab und zu trage ich tatsächlich eine Uhr. Bei der Arbeit ist es halt schwierig. Da habe ich nur mal ein bisschen Schiss, dass die Dinger zerkratzen. Selten ist es, dass ich eine Kette wieder trage. Die habe ich ja schon Jahre nicht mehr getragen. Früher habe ich die nur getragen. Seitdem habe ich so einen fetten Hals bekommen, dass die hier oben hängt. Vorne auf der Straße hat es schön geknallt. Also Reifen geplatzt. Hat man gehört. Na ja, ich habe gedacht, scheiße, eins von meinen Rädern, was ich repariert hatte. Also diese Verkaufsräder, die große Schneider. Nee. Ein Rad, was an der Laterne gepackt war. Hat der Reifen einfach aufgegeben. Wir hatten einfach hier mal eine Mitte, ein Look, wurde mal dicker und dann bumm, voll zerfetzt. Das ist die nächste Kundschaft, die Kundschaft von morgen. Mit den alten Reifen von gestern. Gleich hier bei dem Ding. Ist ja auch eine alte Pelle. Uralt Pelle. Ja, oder? Ist ja so alt. Nee, Rubina? Ist doch tschechisch, ne? Eine Motte ist schon drin. Ja, wenn sich die Motten schon einlassen. Ja, dann schwupps ist der Schlauch gewechselt, ne? So schnell kann es sehen. Wie sie gar nicht jetzt haben, was ich hier drin habe in dem Blog oder so. Muss ich gleich mal gucken, ob ich den Blog jetzt gleich veröffentlichen kann. Jetzt ist es ja mittlerweile schon gleich 11 Uhr. Vielleicht hat er ja schon hochgeladen, der erste Blog. Dann lade ich den euch nämlich gleich. Veröffentliche ich euch den gleich in den anderen Morgen früh. Den von gestern und den heutigen Blog. Den werde ich ja morgen erst schneiden, rendern. Den kommt dann wahrscheinlich Montag früh. Was ist los? Ach so, Mann. Ich bin kein Trottel. Mann bin ich. Du, ey. Jetzt werden alle sagen. Oh, ja. Sie hat das erkannt. Ja, genau. Jetzt haben wir doch schon jahrelang. Du bist doch so. Ey, so genial. Ich habe gestern eine Bewertung bekommen auf Google Business. Eine negative Bewertung. Ja, scheiß Mieträder und so. Man muss ewig anstehen. Da ist nie jemand da. Da steht eine Telefonnummer da. Man kann nicht zurückgeben. Also, ehrlich gesagt, hätte ich ja nicht gedacht, dass an... Also, geht nicht um eine Hand, ne? Das ist schon mal klar. Weil wir haben ja keine Mieträder seit Anfang des Jahres. Das geht um hier vorne Mitbewerber hier. In... Zweidhalb Meter hin. Wo auch immer Leute hinschicken. Wo auch immer verweisen. Wenn Mieträder sind, hier bitte, macht mal nach vorne. Ich empfehlen, aber verweisen. Fakt ist, voll negative Bewertungen. Ja, ein ellenlanger Text. Da habe ich dann zurückgeschrieben. Ich sage auch, naja, Mensch, seit Anfang des Jahres haben wir nicht mehr und und und. Natürlich war das ja nett, wenn sie die Google Bewertung nischen hätte und die beim richtigen Laden abgeben würde. Weil, wie gesagt, die richtige Ladenadresse und so. Und geht sich ja dabei, eventuell handelt. Aber da muss man vorher halt noch mal ein bisschen gucken, oder? Kann ja einfach so... Und monatweise. Wir hatten Fahrrad für einen Monat gemietet. Das macht den auch eher da drüben. Monatweise. Das ist ja das, was ich meinte. So für 19 Euro im Monat. Was sich aber dennoch aufregen auch. Das ist natürlich auch so eine Sache wahr. Wenn du 19 Euro im Monat ein Radmietest und dann ist der Laden halt zu. Weil, ich meine, du kannst ja nicht wissen, was in einem Monat ist. Bist du da? Bist du nicht da? Hast du vielleicht einen wichtigen Termin? Oder was? Musst du vielleicht doch mal weg? Oder so. Ja klar, könnte ein Safe, ein Schlüssel dran sein oder so, wo man ein Rad abwirbt. Und dann hat er so eine Eisentür. Da kannst du einfach so ein Schlitz machen, wo du den durchfällst. Und das ist gut. Aber er ist ja eh mal ein paar Mal am Tag da. Aber sich dennoch so beschweren oder so eine fette Negativbewertung da hasten, ey, finde ich vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ey. Die Geschäftspolitik, die sei mal dahingestellt, ne? Aber wie gesagt, ich würde mich mal freuen, wenn ich für 19 Euro ein Fahrrad für einen Monat mieten kann und das einen Monat durchhält. Licht läuft wieder. Wunderbar. Wunderbar. Da kann man festziehen. Richtig. Yay. Das ist so witzig, wie oberflächlich halt die Leute sind tatsächlich, dass sie den einen Laden nicht mit dem anderen unterscheiden können oder so, ja? Ich meine, das wäre ja bei Google Business die Seite auch löschen. So ist das. Google Business. Auch nicht fehlerfrei. Aber gemeldet halt die Nachrichten und Interessenkonflikte und so weiter und so fort. Schade, dass das so kompliziert ist hier bei dem Ding. Das ist der Speicher ausgerissen, also fällt nicht besorgen. Da tauscht man aus. Das repariert man nicht mehr. Und, ähm, ja, ich war ja nicht so. Aber, aber, aber. Ich bin gut. Der Mantel ist abgefahren, komplett runter, also zum dritten Mal in Katzenreifen. Und sie will einfach nicht, ich hab da gesehen, ich hab's einfach durchgezogen. Und sie will einfach nicht Betracht reparieren. Ich hab hier, also am Ende, war für meine Kumpels, hab ich hier eine Befestigung angemacht an den Zug und hab den Zug mit Hülle durchgezogen. Das funktioniert. Da bin ich sehr stolz. Ich hab das auch. Du bist auf mich auch stolz, das glaub ich nicht. Ich glaub das nicht. Das war so komisch jetzt. Ja, aber du redest eigentlich mit mir einzeln. Doch, ich rede auch mit dir. Aber ich muss synchron reden, weil wenn ich zweimal erzähle, wär ich auch noch beim Schneiden nachher. Okay. Man, ich liebe dich. Ja. Komm doch mal runter mit Zeit ein bisschen. Ja, so sieht es aus. Jetzt ist der Draht von der guten Frau. Und haben wir hier Lagerspiel. Also das ist ja nicht das Schlimmste. Also Lagerspiel, okay. Ja, alles gut und schön. Der Reifen ist komplett runtergefahren. Das kommen wir drauf auf der Decke. Und die Speichelnöcher hier reißen aus. Also, das ist sinnfällig. Aber ich soll nur einen Schlauchwechsel machen. Und Bremsen tut es natürlich auch nicht richtig, weil man die Bremse auch nicht richtig einstellen kann. Weil das hat natürlich hier hin und her schlackert. Aber am meisten ärgert sich, dass es jetzt hinten irgendwo klappert. Das ist so witzig. Die Relevanten sagen alle unwesentlich. Klappern muss weg. Ja, der ist durch. Der ist völlig weich. Ne, den kann ich nicht mehr nehmen. Den kann ich nicht mehr nehmen. Tut mir leid. Ich muss es tauschen. Tauschen. Ja, wo rennen wir mit? Na, der ist gut. Ach, was er in der Hand? Ja, da wäre mir leid. Das ist gut. Jetzt kommt der das ist nicht mein ding machen wir noch die olle speiche hier raus da ist man ja nicht drinnen speichern liebst nippel rausgerissen ja so habt ihr sehen hier habe ich es durchgezogen auf der seite habe ich ja die birne dran zum greifen zum durchziehen und auf der seite habe ich hier in so eine kretsch nippel gemacht und habe es dann einfach durchgezogen und gewalt hat ein bisschen geklemmt hier und jetzt kommt es wieder ab und kommt mit zum werkzeug aber ist ja eh noch so 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 Zitzen Untertitelung des ZDF, 2020 So, gut, nie wieder, nie wieder, nie wieder, nie, 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 die Menschen sind immer unzufrieden, oder? Das war jetzt eine kuriose Demo, weil man nicht erfahren hat, worum die Demo ist. Das war ein bisschen doof. Die Botschaft kam quasi nicht an. Gut, haben wir. Brauchen wir natürlich noch den. Wie einfach die Lösung hier ist, ne? Hier unten. Habe ich ja vorhin schon gezeigt. Da schraubt man dann hier. Einfach fester. Ich glaube, es ist das. Ich glaube, es ist das. Ich glaube, es ist das. so hallo liebe leute ich habe auf post willkommen von um der ecke gucken was hier drin ist speicheln sind drin hat ein kunde hier an mich schicken lassen sie speisen gleich straight abspeisen schau mal schlüssel liegt auch bei schlüssel liegt ja auch bei ok aber wo ist der schlüssel? kein schlüssel drin schlüssel vergessen oder was? da wurden alle die dacht bis auf den schlüssel eine speichel verkaufen wir echt eine speichel einzeln in so einer riesenpackung eine einzige speichel kostet bestimmt 2-3 euro oder so ja der schlüssel ist leider nicht dabei ohne schlüssel ist es schwierig auch den schlüssel lege ich bei kriegt ja wahrscheinlich auch so ausgebaut aber ich muss den trotzdem anrufen müssen geht auch nicht ran ja dann kann ich auch nicht machen weil das hinterrad ist mit angeschlossen im hinterrad fehlt die speichel müssen wir jetzt warten bis wir den guten mann erreichen und dass er den schlüssel auch noch bringt oder irgendwie offensichtlich ist der verlor nicht beim auspacken habt ihr gesehen war ja alle dabei also habe ich Gott sei Dank aufgenommen da ist nämlich auch immer schön wenn da auch immer so ein schlüssel da war ein schlüssel drin und jetzt ist der weg das schloss auch noch war aber das hat er wahrscheinlich einfach auch vergessen den schlüssel mit drin zu packen gehen wir jetzt ganz stark davon aus lassen wir sehen ob man das auch noch durchkriegt ja natürlich selbstverständlich ist ja gar nicht mal so übel der bolzenschneider hier der gehört diese wunderschöne bremse hier dieser wunderschöne bremszug so heiß der akku aber heiß geworden hier der hier der hier der so wunderschöne rostig form vollendet rost 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 ja das ist natürlich jetzt ehrlich jetzt gleich abholen können wieder man will jetzt eine woche hier stehen lassen eigentlich mehr nehmen tja mal eben schnellen steuersatz eingebaut da vorne und jetzt räume ich hier weiter auf öff räumen auf räumen natürlich nix öff sondern auf das ist doch nicht hier das ist doch nicht hier also hier ein schlachtobjekt ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Bauer noch, müsst ihr wissen, geht's euch beschissen. Okay, liebe Leute, jetzt ist Feierabendbarer. Mach ich eine, bitte. Oh Mann, geht das lang alles. Aber ich habe hier unendlich Aufnahmekapazität mit der Karte. Ich habe heute bestimmt 10 Stunden, nee, 9 Stunden gefilmt. Und nichts Interessantes für euch dabei. Ich hoffe, es war schon interessant. Mal sehen, was ich beim Schnitt dann raushole und für euch lasse. Also macht es gut. Wir sehen uns gleich wieder sozusagen. Bleibt alle gesund, gebt einen Daumen hoch und bis zum nächsten Block.